Musik Hallo liebe Himmelsschirmer, ab heute gibt es 6 richtig coole Sommervideos für euch. Heute backen wir einen Schokokuchen. Musik Fühlst du dich manchmal einsam und allein? Oder war jemand zu dir ganz doll gemein? Der Vater im Himmel sagt, geliebtes Kind, ich lass dich nicht alleine ganz bestimmt. Du bist ein Königskind, ein Königskind, das ändert sich niemals. Du bist ein Königskind, ein Königskind, du bist mein geliebtes Kind. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Glaubst du, wenn jemand etwas Schlechtes sagt, das stimmt? Wo doch der Vater im Himmel sagt, ich liebe dich und ich bin es, der deinen Wert bestimmt. Du bist ein Königskind, ein Königskind, das ändert sich niemals. Du bist ein Königskind, ein Königskind, du bist mein geliebtes Kind. Ich bin fröhlich und mein Herz ist jubelt laut, meines Papas Stimme, die es mir vertraut. Der Vater im Himmel freut sich über mich, er kennt mich durch und durch, ich bin sein Kind. Ich bin ein Königskind, ein Königskind, das ändert sich niemals. Achtung! Ich bin ein Königskind, ein Königskind, das ändert sich niemals. Ich bin ein Königskind, ein Königskind, ich bin dein geliebtes Kind. Nochmal! Ich bin ein Königskind, ein Königskind, das ändert sich niemals. Ich bin ein Königskind, ein Königskind, ich bin dein geliebtes Kind. Ich bin dein geliebtes Kind. Wenn ihr ein Kuchen sein dürftet, welcher Kuchen würdet ihr dann sein? Ich wäre ein Schokokuchen, weil Schoko auf jeder Party für Spaß sorgt. Meine Mama wäre gerne eine Erdbeertorte, weil sie so gerne Menschen begeistert. Levin wäre gern ein Schokomuffin, weil er gerne anderen eine Freude macht. Und Elias wäre sehr gerne ein Kuchen mit bunten Streuseln, weil andere mit ihm immer sehr viel Spaß haben. Welcher Kuchen wärst du? Oder anders gesagt, was schätzen deine Freunde an dir? Und genauso wie man Kuchen teilen kann, kannst du auch deine Freundschaft mit deinen Freunden teilen. Viel Spaß dabei!